Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem ganz anderen Format, was ich euch gerne auch mal zeigen möchte und auch ausprobieren möchte auch. Ihr wisst, am 10. und am 11. sind ja Prime Days auf Amazon und da könnt ihr natürlich ja gute Schnäppchen machen und was ihr für Schnäppchen findet, das möchte ich euch in diesem Video auch zeigen und erklären, wie ihr an solche Schnäppchen rankommt. Aktuell gibt es auch bei Amazon auch schon Schnäppchen, die man auch schon, ja, Sachen sich kaufen kann, wo man auch schon zuschlagen kann, was sich auf jeden Fall auch lohnt. Ihr wisst natürlich aber auch, dass man bei Amazon auch eine Prime-Mitgliedschaft haben muss, damit man natürlich auch die Prime-Vorteile auch hat, wie schnell es zum Beispiel liefern und so weiter und so fort. Also, das kann man auf jeden Fall nutzen. Dann habt ihr auch auf Prime Days auch natürlich auch die Vorteile, dass ihr an diese ganzen Schnäppchen auch kommt. Für eine Mitgliedschaft gibt es momentan auch eine Aktion. Ihr seht das auch schon hier, ich kann euch das mal zeigen. Ihr habt 30 Tage Zugang zu allen Prime-Vorteilen. Das heißt, ihr könnt kostenlos 30 Tage lang das Ganze testen und danach könnt ihr sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Prime, ich habe schon genug Schnäppchen eingekauft. Dann könnt ihr das natürlich beenden. Oder ihr sagt weiter, ich möchte das weitermachen, dann kostet das im Monat 8,99 Euro. Oder ihr bezahlt das im kompletten Jahr voraus. Es gibt natürlich für Azubis und Studenten auch eine Aktion. Das heißt, ihr bezahlt nur 50 Prozent nur. Das seht ihr auch hier, dass ihr die ersten sechs Monate der Mitgliedschaft zahlt dir nur die Partner Microsoft Surface zum Beispiel. Also ihr habt auch sechs Monate, könnt ihr das komplett testen, auch mit Zeit nur 50 Prozent der Gebühr auch, was sich auf jeden Fall für Studenten und Schüler zum Beispiel oder Azubis sehr lohnt. Also das kann man auf jeden Fall auch mal machen. Also das ist, finde ich, auch eine sehr gute Aktion, was die anbieten. Und klar, kriegt man auch noch 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Modesachen, steht hier auch drauf. Dann habt ihr noch die E-Box, die Kindle Limited für die Prime Studenten. Könnt ihr zwei Monate kostenlos testen. Ihr könnt natürlich die Audible testen für sechs Monate, 4,95 Euro. Das ist auch sehr gut. Also es lohnt sich, auf jeden Fall mal da mal reinzuschauen und das mal als Student beziehungsweise als Azubi mal zu testen. Das ist echt genial gemacht. Also da kann man schon echt gute Schnäppchen auch da machen. Was es natürlich auch gibt, es gibt auch das Amazon Music. Ihr könnt das vier Monate lang kostenlos gratis testen. Ihr habt zum Beispiel Spotify und habt langsam keinen Bock auf Spotify, weil ihr jeden Monat dafür zahlt, könnt ihr auf jeden Fall das Amazon Music Unlimited probieren. Vier Monate lang gratis. Danach kostet es natürlich 16,99 Euro, aber da habt ihr auch über 100 Millionen Songs in HD unbegrenzt. Könnt ihr das hören. Also das ist auch schon echt ein gutes Angebot, was man definitiv mal auch testen kann, wenn man auf Spotify keinen Bock mehr hat. Dann könnte man das auf jeden Fall mal testen. Ja, dann gibt es auch momentan sehr gute Aktionen auch auf die Amazon Produkte, wie zum Beispiel auf die Echo Geräte. Wenn man hier reinguckt, ihr habt zum Beispiel 66 Prozent auf die Echo Produkte oder 51 Prozent oder 67 Prozent. Also ihr zahlt für Echo dort fünfte Generation nur noch 22 Euro, was ein sehr gutes Angebot finde ich auch ist. Also das kann man auf jeden Fall aktuell machen. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das lohnt sich definitiv. Oder auch wie gesagt die Amazon Fire TV Sticks, 44 Prozent, das sind 24,99 statt 44,99. Also da kann man wirklich nichts verkehrt machen oder halt den Remote Finder, also den Alexa Sprachfilm Pro zum Beispiel für 29,99 oder den Fire TV Cube für 109,99 statt 159,99. Also das ist schon mal wirklich ein gutes Schnäppchen, was man jetzt schon machen kann, vor den Prime Days auch. Also das finde ich schon echt, echt gut. Da müsste man auf jeden Fall mal reinschauen, wie sich das Ganze natürlich entwickelt. Dann gibt es natürlich auch 20 Prozent auf returnierte Ware, also auf den Amazon Return Kauf. Da könnt ihr definitiv auch nochmal reinschauen und ein Schnäppchen machen. Das heißt, Kunden, die die Amazon Produkte zurückgeschickt haben, werden natürlich für 20 Prozent rabattiert angeboten auf Amazon. Und da könnt ihr euch auch auf jeden Fall mal reinschauen, ob es jetzt ein Computerzubehör ist, ob es bei Foto ist, wenn man zum Beispiel über Computer reingeht. Da kann man hier zum Beispiel reingucken, ich sag mal, ich sag mal zum Beispiel so ein HDMI-Kabel, da klickt man mal rein. Was sehr gut ist, 6 Meter lang, 4K kann sie für 10,74 Euro. Also kann man auf jeden Fall nicht verkehrt machen damit. Also das spart wirklich 20 Prozent da drauf. Und die sind ja nicht schlecht, die wurden ja halt auf jeden Fall vorher getestet von Amazon direkt, dass die noch in Ordnung sind oder nicht. Und dann werden sie halt angeboten zum Verkauf. Also da kann man mal ab und zu mal reinschauen, wie sich das Ganze natürlich da entwickelt. Ja und ansonsten, wie gesagt, vom 10. bis zum 11. sind ja die Prime Days. Und bei den Prime Days kann man definitiv mal auch gucken, was das alles wirklich kosten könnte. Und ja, also man kann echt Schnäppchen machen. Am besten ist es natürlich auch, wenn ihr die Preise auch vergleicht. Es heißt ja nicht immer bei Amazon, dass Amazon immer der günstigste Markt ist. Man sollte das auch immer vergleichen. Es gibt zum Beispiel die Webseite idealo.de. Da kann man mal raufgehen und sich das Produkt mal anwählen und gucken, welche Shops das günstig ist. Oder halt, ja wie gesagt, ob die Preise von Amazon stimmen oder ein paar Euros günstiger sind oder ein paar Euro teurer sind, kann man das vergleichen. Und dann kann man natürlich die Schnäppchen auch über Idealo machen. Aber hier geht es hauptsächlich um die Amazon Prime Days. Und wie gesagt, ihr könnt hier Schnäppchen finden. Und die nächste Sache ist, wo ihr Schnäppchen finden könnt, das ist auf meiner Webseite. Ich habe mal eine Webseite erstellt. Da könnt ihr gerne mal raufgehen. Das ist die kreativgadgets.de. Da könnt ihr mal draufgehen. Ich habe mal hier eine Webseite erstellt, wo ihr die ganzen Amazon Deals findet. Also auch die ganzen Bestseller könnt ihr hier direkt bei mir auf der Webseite finden. Zum Beispiel habe ich hier drin, die letzten Monat ist die Playstation 5. Da könnt ihr draufklicken. 19% ist sie runtergesetzt. 499,99 mit FIFA 24. Was normalerweise eine OVP von 619 Euro hat. Also das ist auch schon echt ein gutes Schnäppchen, was man jetzt auch schon machen kann. Eventuell bei den Prime Days kann das vorkommen, dass der Preis vielleicht noch runter geht. Aber da muss man echt das beobachten und gucken. Und dann hat man natürlich immer so ein gutes Schnäppchen. Also da könnt ihr auf jeden Fall auf meiner Webseite gucken. Ihr könnt zum Beispiel hier auf Multimedia gehen. Zum Beispiel, ich sage mal, auf USB-Sticks. Da geht ihr auf USB-Sticks drauf. Ich habe ja darüber auch schon Videos gemacht über USB-Sticks. Da könnt ihr zum Beispiel die Bestseller raussuchen. Ihr habt alle Bestseller da drin. Die meistverkauften Bestseller, die angeboten werden. Da könnt ihr mal gucken. Und hier zum Beispiel habt ihr 4 GB, 20 Stück USB-Sticks für 52,99. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr direkt auf die Seite. Ihr könnt natürlich auch 1 GB und 2,8 GB auch dort kaufen. Also es lohnt sich definitiv, auf meine Webseite mal zu gehen und zu gucken. Wenn ihr auf jeden Fall die Bestseller raushaben wollt. Ich packe nur die Bestseller nur rein, der sich auch wirklich lohnt. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Oder ich sage mal jetzt, wir gehen auf Handy, Tablets, auf Smartphones. Da gehen wir mal auf Apple. Da können wir mal reingucken, was wir hier haben. Hier zum Beispiel das Apple iPhone 14 mit 128 GB. Für 792 Euro statt 849 Euro. Also ich sage mal, das ist auch ein kleines Schnäppchen. 7% wurde das gesetzt. Das ist eigentlich sehr guter Preis. Also obwohl das noch das aktuelle Modell, was heißt aktuell, das gibt es schon in 15er Version. Aber der iPhone 14 ist ja immer noch ein aktuelles Modell. Ihr habt das Mini hier als Bestseller 2 für 690 Euro. Was runtergesetzt ist von 799 Euro. Also iPhone 11, iPhone 8. Das könnt ihr alles hier, die ganzen Bestseller gucken. Die habe ich hier alle reingesetzt für euch. Und es wird auch immer aktualisiert, automatisch die Bestseller. Welche Produkte mehr bestellt werden, werden immer zum neuen Bestseller halt. Dann könnt ihr das auch unter Computer machen, Haushalt, Licht, Sport, Autor. Alles, was ihr sucht, könnt ihr gerne mal auf meiner Webseite mal schauen. Und da könnt ihr auf jeden Fall die besten Schnäppchen oder die besten Bestseller raussuchen. Ich werde auf jeden Fall auch ein weiteres Format natürlich auch machen. Ich werde für euch, wenn das interessant ist, Bestseller raussuchen, die ihr mir nennt. Zum Beispiel, ihr sagt mir, ja, such mir mal zum Beispiel, was soll ich denn sagen, ich sag mal jetzt, Samsung-Fernseher raus. Dieses Modell, hast du das als Schnäppchen, kannst du das raussuchen? Dann schreibt das bei mir in die Kommentare rein. Hey, kannst du mir da drauf Schnäppchen machen? Und ich packe das euch hier als Schnäppchen rein. Alle Modelle, was es über Samsung gibt, welche Bestseller es gibt, kann ich euch dann hier reinschreiben. Ich mache darüber nochmal ein separates Video, aber wenn das für euch interessant ist, wenn es natürlich auch das Format lohnt, werde ich das auf jeden Fall mal durchziehen. Also ich gehe nach euren Wünschen ein und dann mache ich auf jeden Fall solche Bestsellerlisten für euch auf meiner Webseite. Und da könnt ihr sie dann gucken. Und wenn ihr das euch interessiert, das Produkt, dann könnt ihr es ja gerne darüber ja bestellen. Ja, das war es dann auch auf jeden Fall auch schon. Also es lohnt sich mal zu stöbern, auch bei Amazon direkt. Wie ich schon sagte, es sind Prime Days. Versucht es aus und testet es. Ihr könnt ja, wenn ihr keine Prime-Mitgliedschaft, 30 Tage das kostenlos testen. Und wenn ihr darauf immer noch keinen Bock mehr dann habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall kündigen und dann war es das auch schon. Oder ihr macht es natürlich weiter für 8,99 Euro im Monat. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Schnäppchen zu machen. Also von 10. bis 11. Oktober sind Prime Days auf Amazon. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Eventuell macht ihr auch die schönsten Schnäppchen. Ja, das war es dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe, das Video euch gefallen. Falls ja, dann gebt doch dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert meinen Kanal gerne. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, ob euch das neue Format vielleicht interessiert. Dass ich euch für euch halt diese ganzen Bestseller für euch raussuche und das bei mir auf die Homepage packe. Schreibt es auf jeden Fall mal rein und um welche Produkte das handelt. Dann mache ich darüber auch ein Video oder auch ein Live-Video, wie ihr das möchtet. Also schreibt es einfach mal rein und dann schaue ich dann auf jeden Fall weiter. Ja, das war es. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann und Tschüss.